Hey Beeps, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subnautica und was ihr hier gerade seht, auf meinem Bildschirm ist der Scannerraum, für alle die das interessiert. Und was ihr noch seht, ja, was ich auch gerade gesehen habe und was ich richtig, richtig nass finde. Für mich ist es da, ja, ich weiß nicht genau, was meine Kamera alles aufnimmt, in welchem Bereich, also, ja. Für euch ist es, müsst ihr überlegen, da, ganz unten, da unten in der Ecke, ja, es gibt ein, ich weiß gar nicht, aber ich hab ja, das ist ja fest, es gibt ein neues Hut, ja, das hat nur überarbeitet, so wie es aussieht, in einem der letzten Patches, seit, äh, ich hab heute, was hab ich, ich hab heute Dienstag, das ist mein Auftrag, hab ich Freitag, das heißt, in der Zeit von Freitagabend bis, heute, also bis Dienstag, Vormittag wurde das reingepatcht, ich glaube, jetzt in der Nacht, am Montag, zu Dienstag, hab ich einen Patch installiert, das heißt, ich hab einen Vorn installiert, wenn ich was anderes gemacht habe, und jedenfalls, ich finde, ich finde, ich finde das sexy, ja, es muss nur noch die Temperaturenzahl gemacht werden, aber an sich, äh, von designtechnischem, ja, ich finde das schon mal sexy. So, wir befinden uns jetzt, äh, für alle, die es nicht wissen, ja, aus der letzten Folge, ja, ich empfehle euch, die letzte Folge zu gucken, das Ende vor allem, vor allem das Ende, das heißt, die Anfang, damit ihr mitbekommt, wo, wie wir zum Ende gekommen sind, und dem Ende, ähm, wird uns auf der Insel, äh, von der Spitze aus der Aurora gesehen, warte mal, hat sich hier irgendwas, hat sich hier eigentlich irgendwas verändert? Ja, ich meine, hier unten gibt's, okay, da stand in der Riese Giftbox, äh, war das schon, ich hab ja kein, Ups, ich hab, ich hab ja gar kein Messer. Äh, wir sagen mal das Lithium ein, man weiß ja nie, wie viel man das braucht, lass uns doch immer einen Stopp einsammeln, ne, dieses metallische, kling, kling, cool, ähm, ich glaub, ne, doch, die, hat sich die Insel verändert, ein bisschen, mit dem wir stets immer hier waren, äh, wir neunieren jetzt aber mal ein Kerl, oh, hier oben ist Salz rum, sehr schön, wie sieht es eigentlich so unser Metall aus, das ist, verpassen wir ein bisschen was rein, ähm, hier mal, das können wir scannen, das ist ja auch nicht das, äh, wie Artefakt scannen, dann können wir das nämlich gleich selber bauen, weil wir ja noch das eine oder andere Artefakt noch brauchen in der Zukunft, ähm, das erste zum Beispiel hier, wir scannen das Teil auch erst mal, bevor wir jetzt hier irgendwas weiteres machen, ähm, wir schauen mal, wir haben ein paar, äh, das freigestaltet, ähm, Algenwuchs auf der Auslösung gibt, das vermuten, dass die Station in den letzten Jahren verlassen ist, trotzdem des Alters, Energieversorgung funktioniert, Immortiere mit außerirdischen Technologien, so, wir haben selber ein Artefakt, das legen wir jetzt mal ein, ähm, wir haben, haben wir das Artefakt dabei, wir hatten doch mal ein Artefakt, oder täusche ich mich da gerade, oder haben wir das Artefakt gar nicht mitgenommen, um jedenfalls, es gibt noch einen anderen Weg, da rein, den werden wir jetzt, äh, aber, ein paar Seitbrocken, was ist denn da drin, den werden wir jetzt allerdings, äh, noch nicht verwenden, ich glaube, ich will nämlich erst mal, erst mal das, ich kann aber nicht ran, ne, ein paar Seitbrocken, aber was ist denn, was ist denn so ein paar Seitbrocken überhaupt drin, Gold, Diamant und Uran, nicht schlecht, was ist denn das, das ist ein Licht, wie cool, äh, wir müssen jetzt aber, das ist ja echt, das ist ja cool, guck mal, hier oben ist ein Artefakt, aber von oben kommt man da, glaube ich, gibt's, hier oben gab es eigentlich keine, ach, hä? Nee, ihr könnt mal, nee, die haben hier doch was verändert, die sind doch das letzte Mal von der Aurora aus dahin gekommen, die Aurora war das letzte Mal da hinten, nee, die haben die Insel verändert, oder? Die haben doch die Insel, die haben die Insel verändert, oder? Sag mal, dass sie die Insel verändert haben, die haben die Insel 100% verändert, vor allem, diese Lichter gab es da vorher, gab es da vorher auch noch nicht, wie cool, gibt es hier oben auch was Neues? Hä? Das ist lustig, richtig ein Experiment der Mutter zu haben, man hat so ein Gefühl, also zumindest jetzt vor allem, hat man das Gefühl, auch wenn es noch kein offiziein Patch gab, halt irgendwie, auf einmal was Neues zu entdecken, weil man damit vorher gar nicht gerechnet hatte, da kommen wir nicht hoch, wenn wir hier runterkommen, kommen wir da hin, sehe ich mal auch, ja okay, hier gibt's nix, hä? Kommen wir da drauf, hier kommen wir noch, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, wir sind doch letztens mal von, äh, wir sind doch letztens mal da hinten, von der Aurora hin, oder? Ne, die, die Insel war doch niemals so neben der Aurora, die war doch sonst, die wäre doch sonst da hinten gewesen, ohne Spaß, die Position der Insel haben die verändert, aber cool, dass ich mitgenommen wurde, voll nice, so, aber wir haben jetzt ein Artefakt, das heißt, wir können uns doch da reingehen, es geht auch mit der, ach, schon ein bisschen Fallschaden, weil ich es noch nicht wusste, das ist tatsächlich, so, wir können uns mal das Artefakt einlegen, und in die Alien-Basis eindringen, wenn sich zumindest hier drin nichts verändert, hat ja, das ist ganz was noch nicht, dass die Struktur aus einer, uns unbekannten, Beteiligung besteht, deren Härte alles Bekannte weit übertrifft, keine Treffer in der Datenbank gefunden, beginne mit Strukturanalyse, so, so, ich glaube der Text war, ist auf dem Live-Patch noch auf Englisch, oder auf dem Patch davor, eine hinterrückte Nachricht wurde entdeckt, als sie durch die Einrichtung geschickt wurde, die Übersetzung teilweise verfügbar, Nachricht lautet, unbekannte Flugobjekte in der Umlaufbahn dieses Planeten werden zerstört, verhindern eine, okay, bei der Analyse, der an den Wänden befindlichen Muster konnte nicht festgestellt werden, ob der Zweck ästhetisch oder funktionell ist, weitere Daten erforderlich, weitere Daten gibt es zum Beispiel hier am Datenschirm, aber ich glaube deswegen, ich glaube, wir wollen, ich glaube, jetzt ist die Frage, wo hat das Teil, also wir haben von mir gesehen, das Teil hat die Sunbeam ja komplett zerstört, von der ist ja gar nichts mehr übrig geblieben, von der Sunbeam, an dem das Ding drauf geschossen hat, hat diese Wappen, weil es wurde auch gesagt, dass dieses Teil jetzt hier, haben wir gerade gelernt, automatisch auf alles schießt, was fremd ist, also auf fremde Flugobjekte automatisch geschossen wird, und da die Energiefunkte, was auch funktioniert, schießt das Teil dementsprechend auch. Die Sunbeam hat es komplett zerstört, keine Zeit, dass es uns vielleicht aus größerer Entfernung getroffen hat, und wir deswegen Glück gehabt haben, dass wir nicht komplett zerstört wurden, ist das möglich, weil ich meine, da oben, wenn wir die Nachrichten an Sunbeam berücksichtigen, platzieren, gab es da oben ja auch Trümmerteile, mit einem riesigen Trümmerfeld, das könnte sein, dass das Teil uns deutlich früher gesehen hat, als die Sunbeam, und wir deswegen Glück gehabt haben, sage ich jetzt mal, dass wir weniger Schaden bekommen haben. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es so, ja, vielleicht wird die Institution extra so geschrieben, damit dieser Raum für Interpretationsmöglichkeiten da ist. Unbekannte Sprache, Versuche zu übersetzen. Dieses Terminal wurde in der auslösischen Anlage auf der Oberfläche des Planeten 4546b entdeckt. Banjo, gerne das Träger in der niederfrequente Funkwelt, sozusagen die komplexe aber erkennbare Datenmustentät, entspricht keine von uns bekannte Technologie, weil aus dem gleichen Material wie Anlage, scheint im festen Körperrechner, in einer Art zu sein, keine erkennbare Benutzeroberfläche. Es ist wahrscheinlich, dass die auslösischen Spezies, die diese Technologie entwickelten, einen genetisch auserwählten, sensorischen Apparat entwickelten, um die von dem Gerät ausgestellten Informationen zu hören, zu verstehen und zurückzukommunizieren. Die mentale Verarbeitungsleistung, die erforderlich ist, um diese Art von Telepathie durchzuführen, würde bedeuten, dass die Erbauer geistig wesentlich weiterentwickelt sind, als der gewöhnliche Mensch. Unter Verwendung der von diesem Gerät gesammelten Beweise kann es möglich sein, verständliche Daten von anderen derartigen Verrichtungen zu extrahieren, falls sie existieren. Beurteilung weiter außerirdische Daten erforderlich. Und es gibt weitere außerirdische Daten. Ja, das kann ich zu weit schon mal vorweg sagen. Es gibt weitere Dokumente. Ich habe, wie gesagt, ja, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe Inspiration bekommen, weswegen ich das angefangen habe, aber man hat sich die Winde hier nie genau angeschaut. Oh Gott, aber die seht, da sind alle so komische. Das ist doch nicht solche Strukturen, wie auf dem Arteffekt, das sind alles solche Strukturen. Guck mal, die wiederholen sich hier. Ah, die seht schon, das sieht schon cool aus, ne? Wenn sich das mal so genau betrachtet, auch vor allem, äh, nicht nur die Strukturen, nicht nur diese ganzen Zeichen, sondern auch diese, diese grünen, äh, auch wenn die vielleicht, einfach nur random hier draufgesetzt worden, von denen, äh, die höchste Wahrscheinlichkeit, um diese Einrichtung verbunden zu treten, erzählt sie durch den Zugriff auf den Kontrollraum im unteren Bereich. Ja, ja, da kommen wir ja noch hin. Ähm, dass diese grünen Punkte, grünen Punkte Lichter, auch wenn die vielleicht zusätzlich, äh, äh, random gesetzt worden, als, äh, gewählt, das sieht schon, das sieht schon geil aus. Da kann man ja, sagen, was man will, aber das sieht schon, das ist schon hart sexy. Irgendwann gibt es Uran. Oder ein Ionenkristall ist das. Ich glaube, die Ionenkristalle brauchen für, für, äh, selber Atrafaktik zu bauen, zum Beispiel. Na, Terra Geologie, Ionenkristalle. Ähm, jeder dieser fremdartigen Würfel hat die Energie in der Kleiduklear-Exklusion gespeichert. Äh, warte, was wird da noch? Wirklich Energie können zum Erreichen der Fluchtgeschwindigkeit? Wer weiß. Aber Erreichen der Fluchtgeschwindigkeit, was ist damit gemeint, dass wir, äh, mithilfe des Ionenkristalls irgendetwas, cool, dass wir mit Hilfe des Ionenkristalls irgendwelche, ähm, Energiequellen bauen können, damit, äh, wollen die gehen ja auch nach der Zeit erst an, wenn wir dann abgehen. Der geht da jetzt auch an. Dass wir damit, ähm, irgendeine Energiequelle bauen können, womit wir irgendwas, irgendein Flugobjekt bauen können, mit dem wir wieder rauskommen. noch ein Lütter ist ja einer, einen, den wir brauchen für den Teleporter. Ja, wir haben ja auf der anderen Insel den Teleporter entdeckt. Ähm, wir gehen erst mal zum Datenterminal und schauen wir mal, was wir jetzt auf uns warten. Das Datensatz scheint einem höherdemisierendes Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters und breitdemisierender Norm ist es möglich, für die Inseln und zu zweitiges Einrichtung ein Grundlegendes Verständnis zu bekommen, mit deren Hilfe wir einen Weg finden, sie zu aktivieren. Baumaterial. Das unbekannte Baumaterial der Anlage wird als ultra-harte, nicht-reaktive Metallmetikung identifiziert, dass Materialien synthetisiert wird, die nicht von diesem Planeten stammen. Die waren also tatsächlich ziemlich weit fortgeschritten, was Technologie angeht, wenn die, äh, die Materialien nicht von diesem Planeten haben. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es für uns bekannterweise besteht, dass es sich entwenden kann. Aber wir können dagegen nichts tun. Okay. Energie. Das Schema zeigt, dass die Anlage von einem separaten, selbstreinigen Kraftwerk angetrieben wird, das sich an der Orts befindet. Schnelles ist nicht gelistet, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Erbauer die natürliche Wärmegeist-Planeten nutzen. Das habe ich auch schon gesehen. Dieses, äh, Kraftwerk, ich weiß auch, wo sich das befindet, das ist ein Wärmekraftwerk, tatsächlich, wie es hier auch beschrieben ist. Ähm, da kommen wir aber irgendwann in eine der zukünftigen Folgen hin, aber definitiv nicht heute und auch nicht in der, näheren Zukunft, sage ich mal. Wir haben ja noch schließlich einiges zu tun, zum Beispiel unsere eigene Bars zu bauen. Und vielleicht gibt es ja noch wieder ein bisschen Story für uns. Müssen wir mal gucken. Grundriss. Die Anlage besteht aus dem oberen Kontrollbereich, wo dieses Schema gefunden wurde, unter dem Kontrollraum, der über einen sicher verschlossenen Aufzugsstraft oder einen separaten unter der wasseroberfläche befindlichen Moodpool zugänglich ist. Punkt 2. Der Kontrollraum unter dem Bereich ist die einzige bekanntste Möglichkeit, mit der Anlage in Verbindung zu treten. Das Schema zeigt jedoch die nicht vorgeschlossene sicherheitlichen Anlage an. In der Theorie könnte also jeder jeder dieses Kontrollraum verwenden. So, das hier ist unser Aufzug. Das ist immer, ich weiß nur noch voll cool, wenn hier runter geht. Mega Advanced Technology Ace. Das ist vor 6. Hier unten können wir nicht weiter. Hier unten brauchen wir ja ein neues Artefakt. Wir haben aber keines. Was hier aber ist, ist diese Undockstation. Und genau diese brauchen wir jetzt mal rein. Deswegen müssen wir jetzt zurück zur Seemotte. Und dann geht's einmal mit der Seemotte unten rein. Und dann schauen wir doch mal, was wir da unten machen, alles zu finden. So, wir gehen jetzt. Wo ich immer, irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich weiß, dass ich einen Cut gesetzt habe und dann wieder anfangen, also einen Cut setzen werde, und dann wieder anfangen an einem Punkt aufzunehmen. Ich frage mich immer noch, was das für Viecher sind. Also warum brauchen wir schon so Stasigewämpfe, die mal einfrieren und scannen können, weil die machen nämlich Schaden. Ähm, habe ich immer das Gefühl, ich fange irgendwie nur meine Sitzmitte so an. So, so, jetzt sind wir wieder zurück, ne? Oder so, jetzt sind wir hier, so, 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 und was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich benutze euch ziemlich oft das Wörtchen so. Ich hoffe, der Typ verfolgt uns nicht. Das ist übrigens auch wieder Tag draußen, wie er es nicht praktisch gesehen hat. So, wir steigen aus. Und dann mal ein Land. Weil jetzt haben wir uns nämlich, äh, den Eingang da vorne gespart. Das ist nämlich ziemlich praktisch, da müssen wir nämlich dafür kein Artefakt einnehmen. Es war in dem Sinne jetzt zwar ein Umweg, aber ein Artefakt, vor allem ein bespannes Artefakt, was wir im Moment doch gar nicht haben. Und das ist immer gut, wenn wir weniger verwenden, als wir verwenden müssen. Okay, nämlich mal unser Köptern verwenden. Manchmal. So, jetzt ist aber hier unten soweit erstmal überall hingucken, damit man auch gar nichts übersieht. Oh, ja, das ist doch ein Kristall. Das ist der dritte, den wir haben. Wir sehen noch nur wenig Platzwechsel. Sehr, sehr schön. So, wir können hier unten rein, wir können da oben rein. Ich würde erstmal sagen, wir gehen hoch. Und dann schauen wir mal, wo uns der Weg hier oben noch entführt hat. Ich sehe es schon aufleuchten, hier ist noch ein Artefakt. Was wichtig sein könnte. Ansonsten ist hier auf der Stufe nichts weiter. Haben wir hier irgendwo was? Hier ist nichts. Da oben braucht man ein Artefakt, um da rein zu kommen. Ich hoffe jetzt allerdings nur, dass wir da unten nicht noch ein Artefakt brauchen. Was haben wir denn? Was ist denn hier oben? Der Kontrollraum. Der Kontrollraum, da sollten wir auf jeden Fall eine Artefolge einlegen. So, Artefolge ist eingeregt. Treten wir jetzt mal in den Kontrollraum. Das hatte ich gesehen, passt locker in die Folge. Da habe ich gerade einen H auf der Taste gehabt, das mich gerade genervt hat. So. So. Aber ich sehe mal, hier unten ist jetzt so weit nichts. Und die Sache ist nämlich, was ich persönlich glaube, hier ist auch nichts hinzugefügt worden. Was ich nämlich glaube, ist, dass wir vorher dieses Teil hier, also deaktivieren müssen. Ja, ich weiß nicht, dass man es deaktivieren kann, da. Die sind infiziert, definitiv. Wir können das nochmal kurz selbst scannen. Weiter fortgeschritten. Weitrautfälle. Okay. Es hat sich gelohnt, uns da wieder selbst zu scannen. Sehr, sehr interessant. So, wenn wir jetzt nämlich die Anlage abschalten, da piegst du uns jetzt nämlich. Ja. Au. Was das jetzt nicht für uns heißt, ist, ähm, ich glaube, dass der so mehr oder weniger das... Inhalte, die Presence einer zweiten Facilität auf dem Planeten. Die Begriffe bezeichnet, dass es 800 Meter unter dem Sealevel ungefähr 1 Kilometer Südwesten dieser Installation. Information bezeichnet bei Databank. Ich darf nicht, dass ich ein Sohn-Signal bekommen habe. Ich weiß, es ist wie sie denn. Aber, Energiekehr. Ja. Ich glaube nämlich, dass das tatsächlich eine Sache ist, wir können ja, da ich nicht infiziert bin, können wir das Teil hier nicht abschalten, wir wissen ja, wir sind ja infiziert, seitdem wir auf dieser Insel sind. Diese Geltung über die sekundäre Anlage auszunehmen auf diesem Planeten. Seuchen Forschungsanlage. Studieren am Leben ein Exemplar. Synthese eines Siles Mittels. Für das Bakterium. Beziehung lebender Exemplare mit Bakterien beobachtet der Immunreaktion. Überlebende Exemplare werden zur weiteren Analyse an primären Sicherungsanlage übergehen. Abgelegene Sicherungs- und Vorstellungsanlage, um das Risiko an der Ansteckung zu reduzieren, Wärmekraftwerk, das außerhalb der Anlage platziert ist, Boden, Luft, Quarantäne und Verstärkungsplattformen, Falle an der Sicherheitsverletzung. Falle eines Ausflusses werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Die Quarantäne und Vorstellungsplattformen wird ausnahmslos alle eingehenden und ausgehenden Raumschiffe anvisieren, um die ausreichende Effektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Die Anlage wurde in einer Tiefe von 700 Metern, circa 1 Kilometer, befestigt von einer Verstärkungsabfall. Was wir hier jetzt gelernt haben, das ist nämlich ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen. Zum einen, wir müssen, sie haben, sie wussten über dieses Bakterium, was wahrscheinlich auch uns direkt infiziert hat hier. Und haben versucht dagegen zu heilen, aber was wichtig ist, dieses Ding ist nicht da, um irgendwie alles zu zerstören, was hier herkommt, sondern es ist dafür da, damit hier nichts wegkommt. Das ist, glaube ich, hier, was diese Anlage angeht, glaube ich, das ist, ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass, ähm, die das nicht machen, weil die böse sind, die, äh, also die, äh, die, äh, die Aliens, die hier waren. Sondern, ähm, weil die halt nicht wollen, dass auch andere Lebensform ist, also weil es wahrscheinlich davon ausgegangen ist, also weil die selber Luftschiffe hatten, haben sie dann wahrscheinlich auch ausgegangen. Ähm, wenn es noch andere, dass es irgendwo anders welche gibt, die auch mit Luftschiffen kommen könnten, und dass sie halt nicht wollten, dass die auch infiziert werden. Ähm, die haben hier, glaube ich, ihr Bestes versucht, ähm, das Ganze, achso, wir müssen noch irgendwo hier unten rein, ähm, die haben versucht, die ganze, äh, das zu erforschen, äh, da ein Halmus dagegen zu machen, und, äh, vielleicht selber auszurotten, ähm, haben aber, falls das schiefgehen sollte, wie es ja bekanntlich ist, ähm, dafür gesorgt, dass das Teil hier zumindest auf diesem Planeten bleibt und nicht mehr weg kann. Ähm, was jetzt leider auch das Sunbeam, ähm, zur Opfer, äh, 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 leider die Sunbeam erwischt hat, weil, ähm, ansonsten hätten wir nämlich, das, ähm, das, ähm, das Bacterium, also diese Krankheit, auf einen anderen Planeten übertragen, also auf einen anderen Planeten übertragen, dann werden, möglicherweise, hätten wir möglicherweise die Menschheit ausgerottet. Was ich jetzt aber frage, ist, hier gab es, äh, ich glaube, dieses Portal hier, können wir aktivieren, die Sonne geht unter. Allerdings weiß ich nicht, wo. Ich meine, das ging, ich meine, dass wir dieses Portal, das man aktivieren könnte. Aber, ich sehe nicht, wo wir es aktivieren können. Hm. Ist ja das Sonnenlicht, was da irgendwie durchbackt. Komisch, eigentlich hätten wir doch... Das Teil hier aktivieren können, meine ich, ne. Aber egal, bei mir ist es sowieso, ja, es gibt verbacken gefühlt, also... Na, wir wissen zumindest, hier unten wäre der Teleporter. Und ich meine zumindest, das ist auch der, bei dem wir, äh, äh, hätten aktivieren können. Äh, ich würde jetzt aber mal sagen, wir gehen jetzt wieder zurück mit unsere Seemotte. Hier ist ja nichts weiter drinne. Und wenn wir jetzt runter, wir beenden an dieser Stelle diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Besonders davon, wenn ihr jetzt immer mit dabei seid. Und bis dahin, Entdeckerspred ist raus, rein unversehlos. Auf Wiedersehen.